aber sei es king's day festival 2024 wir sind vom eingang es ist noch nicht offen sind schon ein paar leute da aber noch nicht so überragend wir schauen jetzt mal noch ein bisschen hier draußen und dann werden wir auf jeden fall mal gehen so da sieht man die leute hier ist noch nicht offen wie gesagt sieht man ja aber sind schon ein paar leute da also wir bleiben jetzt hier noch ein bisschen steht und dann werden wir reingehen und uns von drinnen wieder mal melden was es dann neues gibt ist denn